Um alle Daten aus Firefox zu löschen, öffnen Sie das Menü und darin Einstellungen. Weiter geht es unter Datenschutz und hier finden Sie den Eintrag Kürzlich angelegte Chronik, den Sie anklicken. Hier können Sie jetzt wählen, wie weit die Löschung zurückgehen soll. Um wirklich alles gründlich zu entfernen, wählen Sie alles, kontrollieren hier nochmal, was gelöscht wird, klicken auf jetzt löschen und schon sind alle Daten gelöscht. Wichtig, die Kennwörter, die Sie eventuell in Firefox gespeichert haben, werden auf diesem Weg nicht gelöscht. Das muss dann hier über die gespeicherten Zugangsdaten passieren. Das war's, schönen Dank fürs Zuschauen, bis bald bei tippscout.de.